so wir haben heute bock auf die krankenstation ich höre ich mal dazu vermietest nicht, so ich bin mal wieder zurück gelaufen zur krankenstation weil wir spawnen dann doch nicht vor der tür wir machen das ding einfach mal auf und schauen was jetzt hier auf uns wartet die manuel lever off something stop it you know what i mean why would someone remove the power supply from the door i have another i5 i can try these i5 why did we stop using them the i5 i just became too unstable any surge would be dangerous doch geschafft okay do not try to surge that door open i wouldn't dream of it i think there may have been an incident here an incident what makes you think that just a feeling i have a feeling is officer taylor there i'll check hm vielleicht kommen wir hier irgendwo rein in äh in einen der räume tatsache kommen wir hier 10 markt wahrscheinlich ne schau mal rein ja doch da sind robots riesiger blut ah strahlenbelastung aha nicht weiter schlimm na gut so wir beweisen wieder unsere hacking skills hier brauchen wir gar nicht äh 19 Uhr beginnt äh ok um some good news i think my work here is beginning to pay off tout's team is finally beginning to listen to my warnings about exposure they recorded higher rad levels at the site this week and i've had to treat two of his staff for radiation sickness dawson is showing signs of hypotension and saline complained of dizziness um current treatment is daily administration of potassium iodide i'm pretty sure we caught it quick but out of an abundance of caution i'll go ahead and schedule a ct scan for saline um just to roll out vestibular disorder um but i just have no idea why these guys insist on working such long hours at the site they know that it's against regulations i just don't think that they're fully aware of the risks but who knows maybe the taste of seaweed in their mouth will remind them to put their health first ok der ist so ein bisschen besorgt der kollege wir finden mal raus wo die ganzen leute hier versteckt sind so das war der raum kein signal natürlich nicht die tür ist noch zu so ein bisschen schneller kann man tatsächlich laufen wenn man den stick jetzt drückt aber auch nicht all zu schnell ok imagine das wäre noch nicht gepatcht und man könnte die ganze zeit nur so langsam laufen das wäre natürlich vom grusel vom grusel faktor natürlich auch ziemlich krass was haben wir hier noch so ein stick mhm ok ja gute eigene notiz hier können wir noch nichts machen leider ok hier ok remember when tom got drunk and a soil sample i had completely forgotten about that yeah has the game of truth or dare ever ended well he was in iso for days i can't imagine how he lasted two weeks in that room me neither so hier war jetzt nicht wirklich was äh weggebe ah zu bleiben vielleicht finden wir doch erdnussbutter hier für unseren kollegen what happened here ah da hat sich wohl mal versucht zu verbinden i found officer taylorssia he's not in it if he was in it then i would have found officer taylor why would he take it off i think maybe he was injured the blood on this suit matches the waiting room ok do one final sweep and we just call the search over this it doesn't feel right agreed keine erdnussbutter für uns hm schade eigentlich noch ein stick feide sticks i'm not a kid i don't need to be told that sometimes things just go bump in the night and yes i know that there are storms happening outside but the storms they don't they don't they don't make these sounds they don't make these sounds why your deliveries and activity at night something is going on here and i i need to find out what so i will confront nick about my findings tomorrow na gut 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 zu wissen dass hier noch jemand beunruhigt ist wie das jetzt hier alles läuft äh so erdnussbutter für mich ne natürlich nicht vielleicht finden wir hier achso wir waren ja hier schon drin wir müssen ja in die andere richtung die andere tür wupsi in chili gunk so jetzt laufen wir ein bisschen schneller hier kollega los 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 ähm lustig falls jemand das ähm video cheapy gesehen hat was ich ähm jedenfall da voraus gebracht hab ähm wo wir es durchgespielt haben da gab es jetzt ähm ja nur ne mitteilung von youtube das äh doch das copyrights geclaimed werden könnte vom publisher der hat jetzt aber gesagt es sei okay das zu verwenden eigentlich geht es vordergründig um die musik äh falls es aufgefallen ist in einem der parts hab ich auch oder in der mitte von dem part now i wish i had my helmet on you should always have your helmet on haha well that makes two of us vielleicht auch andere musik runtergelegt soviel dazu jetzt so hier ist der ofen auch anscheinend ok so maintain access jetzt hier noch weiter nö gut das hier schon mal angeschaut zu haben da müssen wir bestimmt gleich nochmal hin hier nochmal zurück gut wir haben jetzt hier ihre uniform gefunden von der von dem officer was brauchen wir denn um hier in die chirurgie zu kommen achso er verweigert einfach ok kann ich irgendetwas übersehen naja warte mal hier war die hier war die wir sind doch da unten durch das war der isolationsraum hier ja easy in der kammer waren wir hier war doch noch ein raum bin ich jetzt schon zweimal vorbeigelaufen an dem ding gerade passiert ne hier ist das denke ich mal das büro von der he da heißt der aloe vera rachel ja ja ha ja 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 hier gibt es ultra viele sticky notes so ein blutiger handabdruck schauen wir mal ob wir gleich ein passwort finden um wenig die fragt jetzt hier ob der notstrom die station versorgen kann ich habe zu sprechen zu christen den grünen die schmerzen ich habe das gemacht ich bin wirklich glücklich zu gehen nach dem stil I know that these medical logs are designed to aid our mental health, and should anyone actually monitor these things, I want you to know that as a medical officer, I concur. In theory. But in practice, I just, I need to spend time with my family. That's what I really need. And now, just watch them, I need to see them, because that's what I'm doing right now, I'm watching them, through a screen. Yes, I'm... I think these next five months are going to be a lot more than I anticipated. Oh, and remind me to speak to Helen about getting Rachel a space plant. ...because that's what she wants. Yeah, let's see here right now, the details. Let's see if we haven't seen anything anything, the documents. ...the situation regarding sight exposure was a growing concern. I've spoken with... ...tout numerous times, increasing... ...safety regulations. Today... ...today wasn't good. ...one of Nick's staff was admitted after suffering from extreme dehydration in the T. ... 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 das ist schon ein bisschen scary hier Okay, wir haben uns die eine Tür aufgemacht. Wo wir noch Platz gebraucht haben, äh wo wir noch Platz gebraucht haben, Junge Alter, äh wo wir, die Luke wird bestimmt noch interessant werden, falls wir da mal irgendwann hinmüssen. So, meine Hand ist kaum, aber meine Grafikkarte läuft auf entspannten 41 Grad, das hätte ich mir ja nicht vorgestellt bei dem Game. Dass der Rainer so entspannt bleibt. So, die Chirurgie ist jetzt offen, das wird bestimmt ein lustiges Unterfangen werden. Hier sind nämlich die ganzen Blutspuren unter der Tür sogar durch, durch das Wahn. Mh, einladend, oder? Let's go. Also jetzt wird es so ein bisschen interessanter. Ja, 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 ja. Jack? Es ist der Guard, er ist tot. Was? Ein Erkrankung? Ich nehme einen Blick. Okay. So, schauen wir doch mal, was mir fehlt hier an dem Kollegen. Oh, ich glaube nicht, das war ein Erkrankung. Das ist so ein schöner Stick. Easy. Der hat wohl Infinity Platz hier in seinem... Perimeter checks complete. Weather damage minimal. Uh, most of the crew have already departed for center point. Hmm. Uh, I'm still exploring the unexplained damage to the drill bay exterior door. Uh, however, given that storm season is upon us, I'm not concerned about foul play at this moment. Uh, due to the damage, the door is offline, for maintenance, and I've asked Officer Hoskins to inform the residents to avoid any, uh, disruption. Okay, das ist nicht so ein bisschen, nicht wirklich aufschlussreich. Jawohl, da ist die Level 2 Karte. Here we go. So, 1, 2 Accessions. Professor Taylor ist hier. Well, what the hell is going on there? No idea. It's time we update Central. I'm on it. So, vielleicht finden wir noch was Lustiges hier. Hm. 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 Nicht wirklich. Hier drüben vielleicht. So, was hat er denn hier? Health Condition. None. Nice. Okay. So. What the hell happened down here? Ist das nicht ne Knopfensäge? Ja, ja, pack das ruhig ein, man. Vielleicht braucht man das Ding ja. Ja, ja, legts wieder hin. Ah, nee. Ist wichtig. Okay, da block die update. It's time to head to the LTV. Was zum Teufel? Da war doch einer. Ja, 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 ja. Ja. Wir müssen jetzt rauskommen! Ja, ja, ja. Ja, komm hin! Ja, ich bin hier. Hallo. Ja, ich bin hier. Oh, großartig. Griechen? Das lieben wir ja. Griechen und schwimmen unter Wasser in irgendwelchen Öl. Da ähne wir uns ein bisschen hier. Aber... Hier ist wohl was Unlicht, ne? Ich hab bei The Forest immer die engen Höhlen zum Tauchen geliebt, ja? Sehr, sehr gut. War sehr, sehr schön. Boom. Superhero Hand. Sehr stark der Mann, sehr stark. Gefällt mir. So, jetzt wird's nochmal interessant hier. Also ich hab äh, falls jemand nicht aufgefallen ist, da hat jemand die Tür tatsächlich zugemacht und ähm, die Versiegelung aktiviert. Das war ganz schön frech von dem. Und wenn ich den erwische, der kriegt erstmal auf die Mütze, würd ich mal sagen. Nein da, Mann. Boom, boom. Ich soll jetzt noch 3 Kilometer griechen, bitte. Oh ne. So, jetzt kommt... Jetzt fährt der Fahrstuhl nach oben. Greenhouse, was haben wir hier? Die Medical Bay, der Eingang. Hm. Guck mal, wo wir reinkommen jetzt mit der Access-Körte. Nö. Nö, 5. Das heißt, wir gehen jetzt noch eins runter oder müssen wir erstmal noch eins hoch gehen? Wir schauen mal schnell hier rein. Hier ist alles zu natürlich. Schauen wir noch eine Station drunter, oder? Oder geht das gar nicht? Nee, geht gar nicht. Wir sind schon ganz unten. Ich dachte, vielleicht ist hier noch was. Dann gehen wir einfach mal eine Station nach oben. Ja, dann wird ja nächstes Mal auf jeden Fall richtig spannend, äh. Denk ich mal, um rauszufinden, wer das war. Vielleicht ist es ja... Ah, Mann. Alter, das war knapp, bruh. Alter, das war knapp, bruh. Okay, save, save. WTF? Tür lockt. Was ist passiert? Was zum Teufel? Ich bin da nicht reingekommen. Äh, Officer Dunpart, wer ist das? Helen Dunpart, ein Senior Botanist. Ah, Jess, Kontakt Central, erzähl sie, dass es ein Einziden hier ist. Ein Einziden? Was ist ein Einziden? Was ist passiert? Sie... Sie hat mehrere Stab-Wohnen. Was? Kontakt Central, erzähl sie, dass es ein Einziden schrecklich ist. Lassen Sie Hilfe. Okay. Okay. Sie hat die Helmette verletzt. Sie konnte nicht breathieren, aber sie machte die Reise. Hm. Jess, wie viele Leute sind in Solace? Die Systeme ist sechs. Mining Crews stoppen während der Säden. Die sind da für Forschung und Cycle-Maintenanz. Sie hat niemals eine Chance. Was ist sie? Was ist sie aus? Was ist sie aus? Sie haben, Jack. Sie müssen und lassen Central, die es zu lassen. Sie müssen, ich einfach nicht einfach weg. Ich muss, die Lockdown zu entfernen und die Sicherheitskameras entfernen. Ich kann die Sicherheitskameras nach dem Buss. Das ist so, wie ein Safer-Compromise. Was ein night. Sie müssen, dass Central zu helfen. Ein zweiter und dann bist du da. Ich benutze die Kameras, dann bin ich weg. Okay. Okay. Stairway. Da gehen wir jetzt noch gemeinsam hin und dann würde ich sagen, war es dann doch ganz schön spannender Abschluss hier. Vielleicht geht ja der Fahrstuhl jetzt, nachdem wir... Er geht tatsächlich, what the fuck. Mann, das ist ja ein Service hier. Let's go. Ja, jetzt muss ich natürlich, äh, gehen wir beim B2. Können ja noch die Treppe wieder hochlaufen, aber ich denke mal, an die Drill Bay war doch ein Stock weg drüber. Wir lassen uns einfach überraschen. Vielleicht können wir ja hier nochmal schnell... Äh, ich konnte es nicht lesen. Zu viel Gitter im Weg. So, hier war Medical Greenhouse. Okay, Drill Bay nicht zu sehen. Ach, doch die Treppe hoch. Egal. Wir können auch schnell laufen, aber nicht Treppen. Aber gut, dass er rennen kann, hat er ja gezeigt gerade eben, ne? Crew Quarters. Drill Bay. Hier müssen wir hin. So, äh, Marcel. Wie geht's? Sie trainen uns für die Mining accidents, aber nicht alles wie das. Wir wissen noch nicht, was das ist. Was ist der Punkt zu sehen, wenn ihr versucht, was ihr gelernt habt? Ich bin kein Zombies aus. Ich hoffe, dass ihr seid falsch. Was ist essentiell? Sie senden Unterstützung. Es wird ein Zeit, bis sie erreichen. So, und wie es im Serverraum aussieht und in der Drill Bay, schauen wir uns im nächsten Part an. Es war auf jeden Fall, also meines Erachtens relativ spannend. Äh, jetzt geht ja die Story mal ein bisschen voran. Und, ähm, ja, ich hab jetzt schon Bock auf, äh, weiterspielen. Äh, also sehen wir uns morgen wieder. Na dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.